Was ist was denn für eine Scheiße? Zeit währenddessen. Ich bin einfach nur scheißirritiert für die Leute. Wollen wir morgen Mittag essen? Ja. Menschen mit Asperger wollen sehr wohl Kontakt mit anderen Menschen haben. Wir haben nur keine Ahnung, wie das gehen soll. Das ist alles. Ich habe schon vor langer Zeit begriffen, dass ich Leute schockiere. Also versuche ich, das Beste draus zu machen. Ha! Ich bin sicher, du hattest schon attraktivere Männer. Attraktivität hat eine Menge Ursachen. Und ich war noch nie mit jemandem wie dir zusammen. Gibt es einen Trampelfahrt zu deinem Schlafzimmer? Ja. Was hast du getan? Wo ist mein Zeug? Ich dachte, das ist gut. Du hattest kein Recht, das zu machen. Du hast mir mein Leben gestohlen. Mir wird bewusst, wie ich bin und du kannst damit nicht umgehen. Ist doch so. Es tut mir leid. Leute, das ist mein Freund. Dr. Mozart nehme ich an. Schönes Wahlkostüm. Ich... – Sie läht euch ein – – – – – – – Untertitelung des ZDF, 2020